Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RZFC Köln. Bundesliga 2017-2018, 8. Spieltag, VfB Skogart gegen RZFC Köln, Ergebnis 2 zu 1. Startelf, VfB Skogart, Seeler, Baumgartel, Badstuber, Kamski, Pafacht, Aoko, Mankaloa, Aschabier, Berkalo, Donis, Drede, Simon Derede, Startelf von RZFC Köln, Timo Horn, Glütener, Sörensen, Heinz, Rauch, Ösgarn, Lehmann, Jutig, Bietingkurt, Rosako, Soler. Das war's von VfB Skogart gegen RZFC Köln. Fertinn og að þér fertir. Fertinn og að þér fertir. Fertinn og að þér fertir.